Aufgabe A. Ich habe so einen Test. Ich habe acht Fragen und immer drei Möglichkeiten. Also beim Test erste Frage, zweite, dritte und so weiter. Hier habe ich drei Möglichkeiten. Hier drei, hier drei und so weiter. Also dann drei, dreimal drei mal drei und so weiter. Also drei hoch acht Möglichkeiten, weil ich alles mit allem kombinieren kann. Ich habe hier die erste, hier die zweite, hier die erste, hier die dritte. Ich schreibe das mal so. Eine Antwortmöglichkeit wäre eins, 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 drei, zwei, eins, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, so und so. Das ist acht sind. Das ist dann so eine, wie viele Möglichkeiten gibt es da für so eine Zahlenkombination? Drei hoch acht. Dann B. Also das wäre so eine mögliche Antwort. Dann B. Eine dreistellige Zahl. Ja, so dreistellige Zahl. Es ist schon interessant, ob die eins hier oder hier steht. Jedes Mal eine andere Zahl. Aber eins gibt es gar nicht. Es gibt die Ziffern vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jede Ziffer nur einmal. Deswegen habe ich hier, genau, ich habe hier, wie viele, zwei, fünf. Genau, ich habe hier fünf Möglichkeiten mal vier mal drei. Weil wenn die acht hier schon steht, habe ich hier nur noch vier Möglichkeiten. Dann die C. Computerzeichen acht. Ja, das kommt aus der, das ist wirklich so. Ich habe hier so acht Stellen. So, mal schneller, genau, acht Stellen. Und hier habe ich immer null oder eins. Das heißt, hier habe ich zwei Möglichkeiten. Zwei, zwei. Also insgesamt zwei hoch acht mögliche Kombinationen. Also in dem Fall null, eins, eins, null, eins, null. Wie viele sind es denn hier? So, null, null. Genau, jetzt habe ich ungefähr acht. Das ist jetzt so ein. Und das steht dann für ein Zeichen. Also zum Beispiel ein C. Können wir nachschauen. Erst die Code heißt. Der 100 Meter Lauf. Acht Läufer. Ja, wenn Sie wetten würden, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Nicht nur wer gewinnt, sondern wer hat auch Zweiten und Dritter. Pferdewetten laufen so. Dann haben Sie für den ersten Platz, so, erster, zweiter, dritter. Hier haben Sie acht Möglichkeiten. Hier sieben und hier sechs. Also acht mal sieben mal sechs Möglichkeiten. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn Sie in die ersten drei anschauen? Der Rest ist egal. Dann die EMI. Sechs Heftumschläge. Es sind also verschiedene Hefte, offensichtlich. Sechs Hefte. Also das ist Heft 1, Heft 2, Heft 3 und so weiter. Sie haben vier Farben. Also steht nichts da. Ich kann wohl die Farbe, wenn ich hier vier Möglichkeiten habe, habe ich hier wieder vier Möglichkeiten. Und hier wieder vier Möglichkeiten. Ich kann alle Hefte blau machen, alle grün, alle irgendwas. Also und damit ist es vier hoch sechs in dem Fall. Wenn die Hefte alle verschieden sein sollten, dann wäre es wieder Fakultät. Das geht ja hier gar nicht. Da brauche ich ja mehr Farben, als ich Hefte habe. Ja, genau. Ja, das war's.